Was ist Rosenthal? Rosenthal gehört zu den modernsten und nachhaltigsten Porzellanherstellern der Welt. Mit hochmoderner Fertigungstechnologie, hoher Innovationskraft und dem Know-how unserer Mitarbeiter stellen wir so mehr als 13 Millionen Porzellanteile von höchster Qualität pro Jahr her. Unser Porzellan wird aus den natürlichen Rohstoffen Kaolin, Felsspat und Quarz hergestellt, die wie alle natürlichen Rohstoffe gewissen Schwankungen unterliegen. Deshalb ist das Know-how und Erfahrungsschatz unserer Mitarbeiter, der Umgang mit diesen Rohstoffen von besonderer Bedeutung. Nach der Formgebung durch Gießen, Drehen oder Trockenpressen erfolgt ein erster Brand, der sogenannte Glühbrand, in dem wird das Porzellan auf den folgenden Glasurprozess vorbereitet. Das Glasuieren erfolgt dann durch Eintauchen der Teile mit der Hand oder mit der Maschine in die Glasur. Anschließend folgt der Glattbrand bei ca. 1400 Grad Celsius. Wir haben zwei verschiedene Einsatzgebiete für Stäubli-Roboter. Zum einen die Entnahme von Druckusartikeln aus Druckusanlagen und zum anderen das Schleifen und Verschwammen von Rohartikeln. An erster Stelle steht die Präzision der Stäubli-Roboter. Durch diese erreichen wir eine niedrige Fehlerquote. In Bezug auf unsere Firma können wir Artikel in gleichbleibend hoher Qualität fertigen und somit die Erwartungen unserer Kunden erfüllen. Ein Roboter kann keine Mitarbeiter ersetzen. Es ändert sich lediglich ihr Aufgabengebiet. Durch den Einsatz von Robotern werden höherwertigere Arbeitsplätze geschaffen und sie dienen zur Arbeitserleichterung. Zum Beispiel um monotoner körperlicher Belastung entgegenzuwirken. Wir haben uns für die Firma Stäubli entschieden aufgrund des hohen Service-Levels, der Qualität der Anlagen und der hohen Innovationskraft des Unternehmens.